Viel Platz, jede Menge Komfort, eine hohe Alltagstauglichkeit und Reichweiten von bis zu 500 Kilometern. Das verspricht zumindest VW mit seinem vollelektrischen SUV ID.4. Wir haben dem Stromer in den letzten 12 Monaten alles abverlangt. In der Hitze, in der Kälte, voll beladen auf flotten Autobahnetappen und sogar im Anhängerbetrieb. Ein Fazit nach mehr als 20.000 Kilometern im vollelektrischen ID.4. Das Angenehme beim Einsteigen in den ID.4, kein Drücken eines Startknopfes mehr notwendig. Ich steige ein, setze mich hin und das Auto erkennt, ich bin hier und ist startbereit. Man braucht nur noch den Vorwärtsgang einlegen und es kann losgehen. Was fällt sonst auf? Der Innenraum, sehr großzügig, viel Platz für die vorderen Insassen. Die Bedienung des ID.4 erfolgt ausschließlich nur noch über Touch. Hier ein kleiner Monitor hinter dem Lenkrad, der ist nicht wirklich konfigurierbar. Sehr wohl, alles einstellbar am großen Multimedia-Display hier in der Mittelkonsole. Was fällt sonst auf? Die Sitze, groß, sehr bequem und absolut langstreckentauglich. Die Materialien in weiten Teilen sehr hochwertig. Hartplastik findet sich eher hier herunten. Wer Platz für die Familie sucht, der wird im ID.4 definitiv fündig. Denn selbst auf der Rückbank finden hier drei Personen wirklich gute Platzverhältnisse. Auch die Kniefreiheit und die Kopffreiheit, die sind wirklich, wirklich gut. Also ein Auto zum Wohlfühlen. Gleiches gilt für den mehr als gehäumigen Kofferraum. Der ist absolut familientauglich, einfach erweiterbar und selbst unter dem Ladeboden findet sich ein wirklich brauchbares Staufach. Ein Problem hatten wir. Das war der grundlose Alarm der Bugsensoren, wenn man zum Beispiel an einer roten Ampel gestanden ist. Das konnte man ziemlich einfach hardwaretechnisch beheben, indem diese massive Kennzeichenhalterung, die vorher darauf war, entfernt hat. Und die hat nämlich immer wieder diese Parksensoren gestört. Die Bandbreite beim Verbrauch und also auch der Reichweite ist beim Elektroauto sehr groß. Auch bei unserem Dauertest VW ID.4. Auf unserer Verbrauchsrunde bei optimalen Temperaturen in einem Durchgefahren haben wir 17 Kilowattstunden gebraucht. Über das Jahr hat sich das durch die kalten Temperaturen, durch die Kaltstarts, da wird jedes Mal die Batterie extra angewärmt, auf durchschnittlich 25 Kilowattstunden erhöht. Und wir haben auch eine Fahrt mit einem Wohnwagenanhänger unternommen und da klettert der Verbrauch dann auf gut über 30 Kilowattstunden. Das heißt, von der Reichweite haben wir eine Bandbreite von 240 bis über 500 Kilometer. Der ID.4 ist ein richtig gutes Reiseauto. Der Komfort ist extrem hoch. Das Fahrwerk filtert auch Unhebenheiten auf schlechten Straßen problemlos weg. Die Lenkung unheimlich direkt. Was auffällt, die perfekte Handlichkeit trotz der üppigen Abmessungen des ID.4. Vor allem der Wendekreis, der ist echt klein. Das macht Rangieren in verwinkelten Stadtgebieten wirklich zum Kinderspiel. Ja, und die Fahrleistungen, die sind, wie es sich für ein Elektroauto gehört, wirklich gut. Also das Drehmoment steht von Null weg an. Also das Auto hängt wirklich gut am Gas. Hier gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. res Untertitelung des ZDF für funk, 2017